Weihnachten ist ja auch das Fest der Liebe, ne? Kann ich deine Nummer haben? Nein. Hallo, wie geht's? Wie steht's? Danke, Hut. Danke, Hut. Wo ist Ihr Hut? Will ich mal den aufsetzen? Ja. Warum nicht? Simon TV Lustig, lustig, tralalala. Für Dich gibt's einmal diese tolle Kuh. Greif zu. Ich hab Zeit. Wie heißen denn die? Das ist der Torto und das ist der Krümel. Der Krümel? Ja, der sieht aber nicht aus wie ein Krümel. Oh, oh. Können Dir dann ein Weihnachtsgedicht aufsagen? Ja, ja, okay, okay. Und jetzt ist ein Gedicht noch. Oh. Oh. Willst du essen? Dann nimm. Ja, das ist ja gemein, ne? Okay, hier. Also noch einmal High Five. Und dann darfst du weiterlaufen, okay? Ciao, ciao. Ja, also dein Outfit gefällt mir. Heute eine Umarmung kostenlos. Und schau mal, da steht noch eine Omi. Ja. Wo ist der große Sack? Der große Sack, der ist... Ich weiß nicht, wir senden das nachmittags, deswegen... Oh mein Gott. Kann ich jetzt nicht verraten, dass der zwischen meinen Beinen hängt. Ja. Ist das eine 3D-Brille? Ja, aus dem Kino. Ah, okay. Welcher Film hat das dir angeschaut? Wie hieß der? Irgendwie The Hobbit oder sowas. Auf Englisch leider. Ja. Your English is not the yellow from the egg. Ähm... A little bit. Merry Christmas, Merry Merry Christmas. In meiner Tasche finden Sie dieses tolle Gummibärchen. Aber der liebe Gott hat mir jetzt zwei Hände gegeben. Jetzt soll doch mal nicht unverschämt werden. Das wäre normalerweise nur ich. Nee, nee. Also Nikolaus. Der Kleine will noch ein Gummibärchen haben. Der Kleine will noch ein Gummibärchen haben. Zeigen Sie mal Ihr Gummibärchen. Bitteschön. Das ist Diebstahl. Nein, ich bin kein Weihnachtsmann. Ich bin der Nikolaus. Der Nikolaus. Also der Bart ist echt, wenn man da mal... Der Bart ist... Der kannste sehen nicht. Oh, der ist ja echt echt. Jaja, der ist echt echt. Und der ist ja auch fast so weich wie meiner. Ja, meiner ist schon besser eigentlich. Leise rieselt der Schnee. Chris Kinn fährt nen VW. Gehör doch wie niedlich es kracht. Chris Kinn hat nen Unfall gemacht. Gefällt dir? Der Weihnachtsmann zieht um das Haus und lacht die bösen Kinder aus. Ja, du musst noch was lernen. Ja, ich muss noch viel lernen. Ich bin noch Weihnachtsmann in Ausbildung. In Ausbildung? Ja. Okay. Jo. Mach's gut. Ebenfalls. Hohoho. Hohoho. Treffen sich zwei Blondinen. Sagt die eine, Weihnachten fällt dieses Jahr auf einen Freitag. Sagt die andere, oh nein, hoffentlich nicht auf einen Dreizehnten. Kannst du ein bisschen Weihnachtsmann-Rap machen? Ja. 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 Hast du schon was gegessen? Nee. Hast du schon was getrunken? Nee. Okay. Dann hab ich was für dich. Und zwar. Da 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 da. Okay, du musst davor noch einmal singen. Ja. Also. Guten Tag, ich bin der Nidolaus. Guten Tag. Es gibt viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Nicht auf deine Seite ich aussuche. Oh. Das war ja schön. Vielen Dank. Dann bekommst du das hier. Danke. Bitte schön. Ciao. Danke. Yes. Santa klasse. Ok. Ich gode na w sange. Es war nicht für Santa. Das war für wunder. Okay. Ciao. Different, ja. Gag mich sagt, du wunell right. Wetter in meiner これ ist不能 now. Das war's für heute. Das war's für heute. Santa Claus, come in. Respect Santa. It's like having a boat, but you got no battle calls. I never born. I say it because I don't break in stores. But I break on. Hey! Ah, no one's. Ah! Was ist das denn? Willst du mal einen Schluck probieren? Weil ich habe hier noch irgendwo in den Kanälen noch einen Rest drin. Ja klar. Wenn du also hier dran ziehst, darfst du noch ein bisschen Glühwein drin. Deswegen ist ein Nikolaus immer zu besoffen, oder? Ich stehe hier und trinke nur Glühwein, find kein Bier. Oh, das ist ein sehr tolles Gedicht. Was treibt ihr hier gerade so? Ähm, einkaufen gehen. Hi! Oh Gott! Kennst du den? Nein. Okay, komischer Typ, ne? Ja. Im Gegensatz zum Weihnachtsmann, wie findest du den Weihnachtsmann? Äh, ja, geht's. Was? Der Weihnachtsmann ist cool, okay? Der Weihnachtsmann ist cool. Nein. Doch, guck mal. Er ist cool. Er ist aber nicht der wahre Weihnachtsmann. Wo ist denn der wahre Weihnachtsmann? Ähm, im Nordpol. Ist der wahre Weihnachtsmann ein Nordpole? Ja. Weihnachtsmann ist fester Lied. X2 Gitarrens All right. Wenn dich im Nordpol. Ja. Wird das nicht genau. Ne? Wird das nicht schlaft. Ja. 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 Alle Jahre wieder schlachten wir ein Schwein Opa schießt es nieder, Oma kocht es ein Onkel kriegt den Schinken, Neffe kriegt den Speck Onkel, der kriegt gar nichts, sonst wird er noch zu fett